Entschuldigen Sie, dürfen wir Ihnen eine Frage stellen? Ja, frage ich halt. Haben Sie im Leben eigentlich einen Plan B? Plan B. Plan B ist bei mir eigentlich wie Plan A, aber halt mit mehr Alkohol. Also halt, weißt du, träg ein Bier oder ein Dings halt, weißt du, auf die Nacht halt so, so ein Plan B. Danke. Danke.